In diesem Video geht es um die mittlere Änderungsrate der Geschwindigkeit. Wir haben also die Geschwindigkeitsfunktion nach der Zeit aufgetragen und wollen in einem bestimmten Zeitintervall die mittlere Änderungsrate berechnen. Auf dem Arbeitsblatt kannst du dann diesen gelben markierten Bereich ausfüllen. Hier ist die Geschwindigkeitszeitfunktion und die beiden Punkte, durch die wir eine Sekante legen. Erinnere dich an die mittlere Änderungsrate des Weges. Das funktioniert genau gleich wie jetzt bei der mittleren Änderungsrate der Geschwindigkeit. Nur haben wir hier die Geschwindigkeit aufgetragen. Bei der mittleren Änderungsrate des Weges hatten wir die Wegfunktion aufgetragen. Gut, das sind die Koordinaten der Punkte. Und versuch doch jetzt gleich, ob du auf Anhieb die mittlere Änderungsrate der Geschwindigkeit berechnen könntest. Wir setzen also in die Geschwindigkeitszeitfunktion ein. V von 8 minus V von 6 ist gleich 8 minus 6. Und wir erhalten gleich mit den richtigen Einheiten 6,75 km pro Stunde. Das steht hier durch 2 Stunden. Das ergibt ungefähr 3,4 km pro Stunde Quadrat. Das ist auch schon die mathematische Formulierung. Die müssen wir jetzt nur noch physikalisch deuten. Eine Beschleunigung von 3,4 km pro Stunde Quadrat. Beschleunigung deutet darauf hin, dass sich die Geschwindigkeit ändert. Die Geschwindigkeit 3,4 km pro Stunde pro Stunde, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Umwahrung bei der Einheit, bedeutet eben, dass sich die Geschwindigkeit pro Stunde um 3,4 km h ändert. Schreiben wir zuerst das Offensichtliche hin. In diesem Zeitintervall 6 bis 8 Stunden ist die mittlere Beschleunigung 3,4 km pro Stunde Quadrat. Und nun die etwas genauere Deutung. Das heißt, pro Stunde wird die Geschwindigkeit im Zeitintervall 6 bis 8 Stunden durchschnittlich um 3,4 km h größer. Das kannst du nun ausfüllern und bis zum nächsten Video.